Moin Leute, jetzt zurück bei Modern Wurfe 2 Multiplayer immer wieder hier Marcado Las Almas Ich bin jetzt hier wieder meine M4 wie immer, was denn sonst Die Map Cam wird schon, ich glaube ich wusste die Beta Aber jetzt wird man natürlich im Normalspiel jetzt hier in einer fertigen Version gespielt Und dann werde ich hier wieder so überladen Ich habe die ganze Zeit schon gespielt, das ist nämlich ein bisschen Matsche in der Birne Deswegen nicht wundern, wie ich so komisch rede Aber es ist so wie es ist und es wird sich nicht ändern bei mir Was ist hier los? Ich seh nichts mehr Flying high und so Granate in Da war ich ein bisschen greedy Da war ich mit Rambo, renne einfach durch die Tür und dann sterbe ich nicht Ja leider ist das nicht so Da war ich sofort instant tot So äh C wird eingelogen Da war noch irgendwo einer Ah was ist denn da los bei C? Ist denn wie das? So ok Bravo? Bravissimo Äh Nein Ich glaube ich sollte mal äh Meine Ausrüstung mal eben ändern Und zwar äh Brauche ich nicht mal eine andere Brauche ich nicht mal eine Granate oder was? Was ist das denn? Nehmen wir eine Granate wieder Weil irgendwie mit dem anderen Kram bringt das irgendwie nichts Moment mal Ich muss mal noch was ganzes gucken Das fehlt auch nicht wirklich was Gibt's ja was Neues Oh Trophysystem nehm ich das hier Gut Bisschen noch ändern muss man ab und zu mal die Sachen Leute Sonst kommt sie nicht weiter Oh 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 Da wurde ich ganz schön verarscht gerade von diesem komischen IMP Schock Ding da äh ja Aber eigentlich ja lustig Alpha wird gesichert Unsere Drohne umkreist das Gebiet Der Feind hat Charlie eingenommen Ja wir nehmen dafür nochmal einen Alpha gesichert Wie gesagt Punkte sind wir Wir sitzen auch alle ne Wir sind jetzt ein Schweinchen da doch Wir sitzen aber auch so Zielobjekt Charlie wird gesichert Da ist irgendwo an der Seite hier irgendwo einer Feind nimmt Bravo ein Verbündete Drohne im Einsatz Zielobjekt Bravo ist kompromittiert Also meine Teammates machen das Game gerade Ich spiele hier gerade nur Blödsinn zusammen Aber naja passiert halt auch mal Ich bin schon wieder bei diesem Schock Ding erisch ne Feind sichert Eifer Da ist einer Zielobjekt Bravo Wir feiern einmal Artliner online Wow Bravo wird gesichert Profilbestimm aktiviert Wechsle das Magazin Ich bin doch gerade am durchwählen hier Ich bin doch gerade am durchwählen hier Ich bin doch gerade am durchwählen hier Verbündeter Masken Verbündeter Masken Ach warum das durch die Granate nochmal reinfliehen Hätte ich jetzt ein paar Kids gemacht Weil wir ja auch Mani nur Wir haben Bravo verloren Ja toll wir haben Bravo verloren Super Drohne hat keinen Treibstoff Wir sind aber auch vorrück Werde nach Mein Typ die kommen von rechts Prozi system aktivieren Aha 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 One-Shot-Kill, ey. Cool. Ja, ist der da oben immer noch. Der blöde Camper kriegt ihn immer raus aus dem Fenster. Gibt's noch nicht. Ey, es ist doch unglaublich, Alter. Schießt der da alle über den Hauf mit so einer dummen Gun da, ey. Mann, du. Egal, ich geh zu C. Komm, ich mach mal. Kann ich so zu verlieren, ey. Was, wer schießt die auf mich? Boah, was ist das? Boah, was ist das? Boah, was? Boah, boom. Ach ja, das ist ja wieder. Ich wusste es. Ich wusste es, dass da wieder einer kommt, ne. Ich hab zu spielaufgehört zu laufen. Wie gesagt, wer läuft hier in dem Spiel, hat verloren. Sag ich gerne mal. Ich hab ihn erwischt. Oh. Ey, was ist das für ein... Alter, gehen wir schon wieder auf den Sack, ne. Also ganz ehrlich, dieses komische One-Shot-Eier da geht noch voll auf den Sack. Ich bin überhaupt nicht. Es fliegt das Auto in die Luft, ich glaub's nicht. Ich hab vielleicht grad ein Pech in dem Game hier. Mann, 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 Mann. Egal, machen wir trotzdem weiter. Feindliche Aerosolposten bei Eure Brunnen. Zielobjekt Charlie ist kompromittiert. Sie ist im Einsatz. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Welts mit dem Magazin? Feindliche Drohne aktiv. Was? Das ist so, okay. Hä? Vorhin nicht mitgekriegt, Alter. Könnt mich mal, ihr könnt mich mal Wo sieht sie mich aus Toll, ist eigentlich hinter mir Ey, das ist er wieder oben, ne Oh Mann, ey, dieser blöde Ich hasse es, wenn einer so rumcampt Ich bin blöde rumgecampt, Alter Ja, jetzt schmeiß ich es oben in die Wagen Ja, ich hab gerade auch ganz schön Mist So, das war eine ganz schön knappe Runde hier Verbündete Drohne im Einsatz Oh nein, es kommt ein Wie gesagt, das Problem ist, wer läuft, verliert Es ist wirklich so, wenn ihr nicht aufhört, rechtzeitig aufhört zu laufen Dann habt ihr verkackt, sag ich wie es ist Ich hab zumindest ein bisschen die Position erhalten können Auch nur ein bisschen Keine Chance gegen den Oh Leute, jetzt macht doch mal was Macht doch mal was Ja, macht doch mal was Ja Leute, da macht doch mal was Aber was, ich hab keine Lust zu verlieren Halian ihr Feind in der Nähe Wechselmagazin Trophi-System aktiviert Zielobjekt Bravo wird gesichert Oh oh Der Feind kontrolliert zwei Zielobjekte Der Zielobjekt Bravo gesichert Feindlich am Haschke Körfer geslockt Wir verlieren Charlie. Folge dir! Der Feind hat Charlie eingenommen. Feindliche Drohne aktiv. Charlie wird gesichert. Was denn? Wensel im Magazin. Drücken die Stimme aktivieren. Charlie gesichert. Ich glaube, es ist immer der gleiche, der mich killt. Kann das sein? Nee, das ist nicht ganz sicher. Aber irgendwie geht der mir hart auf den Sack. Was ist sonst, ne? Kommt schon. Lauf, 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 lauf. Ziel, 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 Ziel. Ja, toll. Das sind viel zu viele. Ach ja. Ist das schön. Ist das schön. Das macht richtig Spaß. Was? La, 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 la. Oh, ich bin halt eingewulgt. Lass nach. Wir verlieren Bravo. Verbündete Drohne im Einsatz. Feind nimmt Bravo ein. Lass Bravo nicht einnehmen, ihr Lumpis. Feind sichert Eifer. Ha, ha. Wir haben zwei Zielobjekte gesichert. Wir haben zwei Zielobjekte gesichert. Lade nach. Er hängt da drinnen, Junge. Er hängt da drinnen. Hab ich ihn erwischt? Ich seh nix. Wir gewinnen an Boden. Nicht nachlassen. Feind sichert Bravo. Drohne wartet auf Befehle. Wir nehmen Bravo ein. Erbiete Ausklärungsüberpflicht. Verstanden. Drohne im Einsatz. Ich bin hinter dir. Alter, was war das für ein Spiel? Besser nach Fummel. Ja, geil. Ja, liefert doch mal ganz gut. Wie gesagt, ich drehe absolut gerade ein bisschen durch im Spiel. Aber es ist halt so, kann ich gar nicht ändern. Wundert euch nicht. Aber wir haben noch was zusammengekriegt. Alter, Schwede. Hui, aber richtig schlecht gespielt eigentlich. Aber ich hab gespielt. Geil. So, das soll's auch gewesen sein erstmal. Wie gesagt, ich nehm jetzt immer ganz viel auf hier. Multiplayermäßig. Und bis zum Ende, da hol ich ein bisschen was raus hier. So sieht's nicht aus. So sieht's nicht aus. Äh, ja. Freigestand ist schon mal schick. Da auch nochmal was. Noch irgendwas gekriegt hier. Keine Ahnung. So, danke fürs Zusehen. Reingehauen bis zum nächsten Mal hier bei Modern Warfare Multiplayer. Tschüss. Reingehauen. Danke fürs Sport. Schöpfad. Tschüss. 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 Vielen Dank.